Hallo Leute, Willkommen auf der LS22 Silverun Forest. Begleitet mich dabei, wie ich in dieser waldreichen Gegend für die Ernährung der Dorfbevölkerung sorge und gelegentlich ein paar Bäume fälle und anpflanze. Dies ist Teil 64. Jo, da hinten wird ausgesät, die Bäume sind gewachsen und unser Segelboot wird in wenigen Stunden den Stapellauf haben. Und was ich hier gerade dachte, so rein theoretisch, jetzt mit meinem Wald hier, würde es ja Sinn machen, wenn ich jetzt Bock auf Bäume fällen hätte, jetzt aktuell, würde es Sinn machen, die mittlere Reihe tatsächlich schon mal zu fällen und zu, weiß der Geier, Katzenkratzbäumen zu verarbeiten oder so und dann in der Mitte nachzupflanzen, weil dann hätte man nicht alle Bäume gleichzeitig, sondern die würden dann zeitversetzt groß werden. Aber, ja, ich weiß aktuell nicht, ob ich jetzt auf die Schnelle so viele Bäume fällen will. Wir machen jetzt erstmal die Ernte fertig und die Aussaat für heute. Und dann schauen wir nochmal nach dem Metall. Da gibt es bestimmt schon wieder was zu verkaufen. Ja, und wenn da noch Zeit bleibt, den Umbau des Gartenhofes Also hier, dieses Feld praktisch einstampfen, die Unterstände versetzen und noch mehr Gärten hin und vielleicht auch noch mehr Produktion. Und ich denke mal, das will ich schon machen, das macht am meisten Sinn. Auch für die Bevölkerung, weil dann kann ich für die ja auch Gemüse und so anbauen. Das ergänzt sich ja gut mit Getreideanbau und so. Ich glaube, ein Teil von mir würde schon noch gerne hier weiterspielen. Da bin ich so ein bisschen... Da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Ja, einerseits fühlt es sich so an, wie eigentlich ist es hier jetzt fertig. Der Drops ist gelutscht. Mehr oder weniger. Und andererseits denke ich, ja, wir könnten hier noch schon einiges machen. Ich hätte noch viele Ideen und so weiter. Aber das geht mir eigentlich auf fast jeder Karte so. Es ist nie so wirklich fertig. Kann es ja auch gar nicht sein. Denn der Kreislauf der Natur setzt sich ja fort. Jedes Jahr wird neu angebaut. Die Bedingungen ändern sich. Also man kann eigentlich endlos weiterspielen in so einem landwirtschaftlichen Umfeld. Ihr könnt mir auch gerne mal schreiben, was ihr so meint. Weil im Prinzip, wenn ich hier ein Let's Play beende, wird ja auch Platz für was Neues geschaffen. Es wird dann ja nicht weniger, sondern es wird Platz für was Neues geschaffen. So. Ja, und im Herbst kommt auf alle Fälle so oder so ein Let's Play auf der dann neuen Karte, auf die ich schon super gespannt bin. Die mit diesen abgefragten Häusern und mit dem Karotten-Symbol. Ja, da bin ich schon sehr gespannt, wie das wird. Und egal, wie die Karte ist, werde ich auf der spielen. Das steht irgendwie außer Frage. Die Frage ist dann höchstens, wie lange und ausführlich. Natürlich, aber auf jeden Fall wird da gespielt, eifrig. Okay, gut. Ich glaube, ich hüpfe einfach mal zum zum Sägewerk, um zu gucken, was hier so abgeht bei meiner Eisenschmelze. Ah, und hier haben wir hier Pfosten oder Balken. Ich glaube, ja. Das könnte vielleicht ganz nützlich sein. Für die Katzen... Katzenkratzbäume. Okay. Ich glaube, hier gibt es was zu tun für mich. Und... Oh, da wartet auch noch ganz viel. Jetzt ist die Frage, wo packe ich die am besten hin? Ich denke mal schon... Ich räume da erst mal so viele wie möglich schon mal hier hin, damit es dann schnell geht, wenn der Zug da ist. Und im Prinzip müssten hier jetzt noch 19 solche Rollen nachspawnen. Eine ist schon gleich gekommen. Da werde ich jetzt mal wieder gut zu tun haben. Und... Ja, die verkaufe ich wie gehabt mit dem Zug. Mal gucken. 11... Nee, 17.000 Liter Eisenerz gibt es auch noch. Also selbst wenn ich für irgendeine Produktion noch Metall bräuchte, liegt da noch genügend Eisenerz rum. Ich fange mal hier ganz außen an. immer wenn ich zurückkomme, Da ist da schon Nachschub gespawnt. Da wäre ja jetzt natürlich ein Autoloader nicht verkehrt. Aber ich mache das hier ja eigentlich nur ziemlich selten. Da kann man auch mal ein bisschen rumschleppen. Immerhin geht es viel schneller. Sehr, sehr viel schneller, als wenn ich versuchen wollte, das mit einem Gabelstapler zu machen. Das wäre ein Albtraum. So, gleich muss ich mich hier wieder um die Hirseernte kümmern. Und ich denke mal, die Hirse werde ich auch zu Mehl verarbeiten. Und wenn ich dann tatsächlich drei Produktionen dazu kriege, ja, dann kriegen wir auch einiges an Brot gebacken. Hört sich jetzt hier auf. Nein, da kommt's. 9.900 Lungen da noch rum. Also 9 bis 10 werden noch spawnen. Und dann halt die, die da noch liegen. Oh ja, jetzt hat Helfer E einen vollen Korntag. Und wollen wir uns doch mal darum kümmern. Das sollte ich vielleicht eher auch tatsächlich einsteigen. Ich meine, das Feld bringt schon einiges an Hirse. Ist jetzt nicht gigantisch viel. Aber ich würde sagen, es ist okay. Ja, können wir vielleicht einfach hier stehen bleiben? Ich denke ja. Dann gehen wir mal hier zurück zu unserem Arbeitseinsatz. Bei der Metallschmelze. Oh, ähm. Nein, das wollte ich eigentlich nicht. Das Metall zersägen, das wird nix. So, komm. Vielleicht kann ich die hier einfach so dahin stellen. Dann fällt's um. Das ist auch nicht so toll. So. Ich glaube, ich mache hier mal Aufnahmepause. Solange ich hier die Metallrollen hier hinräume. Wir müssen dann ja auch noch alles auf den Zug räumen. Und ja, da kann ich dann ja jeweils einen Teil der Aktion mit Kamera und einen Teil ohne machen. Wir sehen uns also wieder, sobald ich hier alle Metallrollen vorbereitend hingestellt habe. So, jetzt habe ich hier alles abgeräumt. Mal zählen, wie viele es sind. Obwohl, erst mal bestelle ich den Zug. Der braucht ja oft eine Weile. Da kann ich die Wartezeit nutzen, um die ganzen Metallrollen zu zählen. So. Jetzt gehen wir hier mal hoch. Zählen mal durch. Eins, zwei, drei. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig, einundzwanzig, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Kann sein, dass ich mich auch irgendwo verzählt habe. Aber es sind fast 30. Wie viel kriegen wir da? Gucken wir mal. Metall. Da. Elmkrieg 10.000. Ja, 300.000 fast. Oder mehr als 300.000. Weil es ist ja ein bisschen mehr als 10.000. Das ist schon gut. Jetzt gehen wir hier mal wieder zurück. Weil da steht dann auch die Info, wie lange der Zug noch braucht. Na komm. Oh, er ist fast da. Ich hoffe, ich kriege die alle da drauf. Hm. Fange ich mal hier an, weil ich sowieso dahinter gehen muss. Die muss ich dann schon so ein bisschen... Nein, 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 nein. Ich will jetzt nicht fliegen. Auch wenn das immer lustig ist. Nee, wir machen das anders. Die hier, die packe ich drauf, wenn ich einfach ein paar Meter vorgefahren bin. Sonst renne ich mir hier ja die Hacken ab. Völlig überflüssig. Ich gucke mal, ob ich da... Drei nebeneinander hinkriege. Müsste eigentlich gehen. Bisschen schubsen. Und gleich mal festbinden. So. Okay. Und schubsen. Bloß nicht zu doll schubsen. Jetzt sind wir mal wieder schief. Oh, 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 oh. So. Und ich weiß, einige von euch sind bei dem Anblick entsetzt. Andere lachen. Ich würde das Lachen empfehlen. Denn das macht mehr Spaß, als entsetzt zu sein. Ja, und für die, die entsetzt sind, würde ich sagen, ihr wollt nicht sehen, wie es ist, wenn ich das mit dem Gabelstapler mache. Das ist wirklich albtraumartig. Und irgendwie muss ich es ja draufkriegen. So. Und dem Geldverdienen schadet es nicht, wenn ich die hier irgendwie schludrig drauf stelle. Ich gebe mir echt Mühe. Das ist schon etwas besser. Aber mal geht es etwas besser und mal geht es etwas schlechter. So. So. Und so. Okay. Das steht jetzt nicht ganz sauber. Also. Egal. So. Aber es passt ganz gut drauf, würde ich sagen. Ich denke mal, wir kriegen das vollständig unter. So. Und es geht auch schneller, als das hierher Tragen. Natürlich, weil der Weg kürzer ist. So. Das ist jetzt auch suboptimal. Es muss ja auch nur ein kurzes Stück halten. Ich werde wohl wieder nicht über die ganze Karte fahren, sondern einfach nur hier aus der Karte raus. So. Anbinden. Und jetzt fahre ich ein paar Meter vor. Damit wir hier diese ganze Reihe abarbeiten können. So. Schön langsam ein paar Meterchen. So. Stopp. Stopp. Jawohl. Ich hätte vielleicht noch ein Stück mehr vorfahren können. Aber ich denke mal, das passt schon so. Na, das stelle ich mal so hin. Also, bis sich, wenn sich dieser Zug mal in Bewegung gesetzt hat, dann hat er ja auch irgendwie eine gewisse Trägheit durch seine große Masse. Lässt sich dann auch schwierig ausbremsen. Dann bin ich dann ganz froh, wenn ich ihn wieder zum Stoppen kriege. Auch wenn es nicht so superpräzise dort ist, wo ich ihn eigentlich haben will. So. In echt haben Züge ja auch einen Kilometerweiten Bremsweg, so viel ich weiß. Natürlich, wenn sie richtig fahren, wenn sie nur so mit Schrittgeschwindigkeit schleichen, wie ich das gemacht habe, brauchen sie natürlich kein Kilometer zu bremsen. So. Jetzt haben wir es aber bald geschafft. So. Jetzt werden wir einsteigen und sie alle festbinden. mit uns nicht unterwegs wegfliegen. Mal gucken, wo Tieführer spielen. Sind sie jetzt alle festgebunden? Ich glaube, ja. Ich habe mich verzählt, es sind nur 28.000. Ja, ist okay. Also, wenn man so vorbeigeht, da habe ich dann zwischendrin auch mal gedacht, ja, ähm, habe ich jetzt schon den gezählt oder nicht? Und offenbar habe ich dann einen doppelt gezählt. So. Jawohl, genau das wollen wir. 277.000. Gut. So ist recht. Jetzt haben wir wieder ordentlich Geld. Ich muss sagen, das gefällt mir an Silberrand Forest, dass man hier durch diesen Metallverkauf auch ordentlich Geld verdienen kann. Und das mit dem Holz bietet schon auch sehr gute Verdienstmöglichkeiten. Also, insofern bin ich durchaus ein Fan dieser Karte. Weil man hier schöne Möglichkeiten hat, auch um die lange Reifungszeit vom Getreidegut zu überbrücken. Und in der Zwischenzeit kann man halt ordentlich Geld verdienen und sich dann auch einen schönen großen Mähdrescher leisten zum Beispiel. Das habe ich ja noch nirgendwo anders geschafft, mir so einen riesengroßen Mähdrescher zu leisten. Okay. Jetzt schauen wir noch mal hier kurz rein, was da noch liegt. Wegen der Katzenkratzpfosten. Oder Katzenkratzbäume. Da liegen auch noch mal Balken. Ja. Tausend Stück, da hinten tausend Stück. Und hier lange Bretter. Die werden wir da jetzt hier erstmal gut liegen lassen. Und ich denke mal in der nächsten oder übernächsten Folge oder sowas, wenn wir die erste Wolle von den Schafen auch zu verarbeiten haben, werde ich dann mal die Kleintierproduktion. Ne, Kleintierproduktion, Kleintierbedarfsproduktion oder so. Hier ist die. Fabrik für Haustier zugehört. Die werde ich dann kaufen. Und dann machen wir Katzenkratzbäume. Damit soll man sehr viel Geld verdienen können, habe ich gehört. Okay. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.